So, ja, nimmt auf. So, weiter geht's. Warn. Oh Gott, ist das warm. Ich spare mir die Abgase. Das ist aber nett von Ihnen. Ja, komm, Mädels, strampeln. Werk ist gleich vorbei. Fahr ich einfach mal hier lang. Hallo. Oh. Ist ja grün. Entschuldigung. Und für so ein großes Ding, warum es herkommt, muss ich jetzt hierhergucken. Das ist so unglaublich. So, hat eingepackt. Und weiter geht's. Ich weiß nicht, ob den Leuten schon klar ist, dass ich sie meistens auch angucke, wenn sie mich angucken. Das ist ja nicht so, als ob mein Visier irgendwie nicht durchsichtig wäre. mein erster Festband. ach ja, ich bin schon lange nicht mehr mit jemandem gefahren ich hoffe, dass das diesen Sommer klappt einer von meinen Freunden ist ja schon dabei sieht auch schon ganz gut aus wenn man dem so aus dem Fenster zuguckt wie ein ganz großer und da kommen bestimmt noch andere in näherer Zukunft dazu hoffe ich mal sonst wird es ja langweilig das hat ja nicht immer jeder permanent Zeit und dann ja aber so ein unknown buddy ist doch auch mal ganz nett ja jetzt war ich nicht schnell genug der Kleingärtnerverein heißt entweder Brüll oder Brüllwiese Brüllwiese wäre auch lustig was auch immer die da mit hui mein so und die Bahn fährt 37 41 ich hab ne Kurve ich kann nicht mehr mitmachen Bahn gewinnt naja mal gucken ob sich ein nettes Bild schießen lässt wobei das Gelbe vom Ei ist es nicht mal gucken sonst geht's halt gleich weiter das Museumsufer viele alte Häuser da hat er recht ich weiß nicht ob ihr das gehört habt er meint gerade Honda CBR 600RR super gutes Bike oder irgendwie sowas in der Richtung da stimme ich ihm auch definitiv zu das ist zu warm ich wollte jetzt nicht noch einen Rucksack aufziehen jetzt hätte ich natürlich mal meine richtige Kamera mitgenommen das kommt noch wenn ich mal mehr Zeit habe ich bin momentan eher so im Location Scouting so weiter geht's insofern wünsche ich euch eine sonnige Woche und viel Spaß beim Fahren oder was auch immer ihr so macht fahrt sicher und wir sehen uns in kurzer Kürze Tschüss